hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von enshrouded im letzten part haben wir den schmied sozusagen ich weiß jetzt nicht ist das richtig befreit ja den haben wir befreit ja mein kohleofen ich bin gerade bei ihnen irgendwie eine schmiedewerkstatt zu bauen ich denke es ich denke dass es wichtig ist dass er sowas hat hier machen wir noch mal eine tür für ihn hin das habe ich gemacht ok es ist dunkel ich weiß so sieht es aus nicht das schönste aber es sollte für ihn reichen aber ich glaube die winde nämlich weg dann machen wir lieber hier noch sag mal schnell oder jetzt kann man überlegen das am besten anstellen weil er will ja auch ein schlafbereich haben nein Ist denn meine Kohle fertig? Einen Warteschlau. Kohle. Ja, ist fertig. Oh nein. Okay. Kohle ist fertig. Können wir dann den, 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 den Bühnen bauen? Ich rede nochmal mit ihm. Wir müssen auch eine Lampe oder so hier reinmachen. Ich schmiede Stein und Metallschluss. Ja. Talschrott. Komm, 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 komm. Wo haben wir? Stein. So. Ach ja. Irgendwo werden wir da. Ich habe da ein bisschen draufweh. So. Gleich reicht das ja schon. Ja. Ja, still. Okay. Die Schmiede. Ich würde das ja gerne auch noch verschieben, aber egal. Ähm. Was sind jetzt die Schmiede? In meinem Rucksack? Nein. Oder? Jo. Nein. Okay. Die Schmiede. Die Schmiede. Die Schmiede. Gut, dann nehme ich den Hammer, entferne das, entferne das, oh Gott, habe ich ein Löcher jetzt reingemacht? So. Na, lass es doch jetzt da. Aber kann ich die nicht? Schmiede. Kohle und Metallschutz. Was gibt es denn für ein Rezept da noch? Oh, Metallplatten. Ah, da müsste ich... Ah, okay. Okay, ich verstehe. Ich würde nämlich das gerne irgendwo anders hinstellen. Ob ich da eine Wand ziehen kann. Ja. Was? Nicht genügend Materialien. Was brauchten wir wieder? Wir brauchten Holzscheite. Und Erde. Okay. Wir machen das jetzt erstmal. Aber mich würde schon interessieren... Kohle, Holzsäure und Therm. Ja. Ja gut, lass uns das so. Wird ich aber die Dinger gerne... Ja, die kann ich auch nicht mehr wegreißen. Hm. Fehlen das Material. Fehlen das Material. Ja. Fehlen das Material. Wo muss das fehlen? Ja. Okay. Okay. Dann... Ach so. Was soll man da welche herstellen? Haben das hier? Na! Und dann... ...dich gerne... ...das... ...erfernen... ...und dahin bauen... ...nein, hör doch mal auf jetzt! Und... ...erfernen... ...das hier im Baum... ...hier... ...kanomia... ...noch mal hin... ...und Fenster... ...es soll es ja auch gemütlich haben, ne? ...so... ...genau... ...dann... ...das hier... ...entfernen... ...entfernen... ...dann... ...mein guter... ...ich bin... ...ich bin nett mit dir... ...seit auch nett mit mir... ...baue ich dir... ...eine... ...tür... ...hier an... ...und... ...hier... ...ein Fenster... ...und... ...dann schneicht da jemand rum... ...schleicht da jemand rum... ...hey du! Was machst du hier? Alles nehmen. Okay. So, dann ist das nämlich draußen. Dann kann man hier vielleicht noch was dran bauen. Aber das sieht ein bisschen verkehrt aus, ne? Ja, jetzt warte mal. Und dann, äh... ...bauen. Okay. Und dann würde ich gerne... ...ein Baumfeld. Dann machen wir... Ich weiß nicht, was für ein Dach. Was kann man denn für ein Dächer machen? Dachblöcke. Pflanzenfasserdach. Oh, ich weiß nicht, ob ich Teer habe. Ich glaube nicht. Ich Teer? Aber ich habe Pflanzenfasen. Okay. Okay. Ähm. Hier. Okay. Und jetzt? Nein, du wirst nicht. So. Nein. Nein. Was soll das werden? Warum denn so klein? Ähm. Ähm. Tischer. Hier. Geht das? Ah. Überhaupt nicht. Es bleibt auf meinem Bau-Modus. Ähm. Irgendwie so. Oh. Jetzt schon. Ah, ich glaube, ich habe keine Materie mehr. Wow. Ich habe keine Materie mehr mehr. Ich habe keine Materie mehr mehr. Ich hab hier noch Fasen. Alles nehmen. Aber... Sorry, aber was... Was ist denn das denn? Pflanzverdachtblock. Wollen wir nicht. Ähm... Was ist das? Kumpel? Oh... Hey! Ich glaub da ist irgendwas verkehrt. Ja, mein Junge. Sieht so gut aus. Okay. Okay. Was wir jetzt brauchen... Es ist ein Bett und ein Feuerstern. Ähm... Lagerfeuer... ... 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 Ich glaub das können wir uns demnächst machen. Betten. Okay. Ich brauche mir gar nicht... ... 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 Türen, Fenster. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe eine Tür gemacht, oder? Nee. Nee. Schon wieder was weggerissen. Puh, 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 puh. Puh, 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 puh. Fenster. Nein. Puh, puh, puh. Sieht bescheuert aus. Ich glaube, das ist nicht... ... dafür gedacht. Ja, mein Junge, dann mal so. Das sind verschiedene Fenster. Ein anders tut. Ein total anders tut. Aber es reicht. Wir haben... ... nicht genügend Material, sagt er. ... 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 Ach, ich, 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 nein. Okay. Das könnte man doch. so geht das nicht das will er da nicht na, komm her das passt irgendwie nicht wir packen es weg erstmal ich glaube das ist mir ihr wisst schon also weg erstmal alles weg 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 gut im nächsten Park muss ich schauen ob er uns eine Rüstung oder so herstellen kann habe ich doch schon ich habe doch eine Schmiede gebaut bist du deppert oder so hier ist doch deine blöde Schmiede echt jetzt wer will das da drinnen wahrscheinlich ich muss alles nehmen irgendwie habe ich so verstanden die Schmiede hier drinnen die Schmiede hier ist er zufrieden? ist er zufrieden? ist er dem Schmied neuer Herrschungsoption gewährt? achso ich muss das füllen ich füllen er geht mir aber auch auf den Geist nein 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 schmiede hier schmiede hier schmiede hier ich füllen da besser aber ich habe kein Metall ich habe kein Metall da ist ein Metallschrutt was habe ich noch hier ich gucke hier auf die falsche Seite ich habe kein Metallschrutt nehm So, kann ich jetzt ein Ausfluss nehmen? Ich brauche 30 Steine hinzu, aber das war im nächsten Part. Jetzt ist erstmal genug. Ich habe ein zweites Gate alles hergerichtet und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Ja, ich weiß.